Hey Leute, Let's Talk About Horror hat jetzt auch einen WhatsApp-Channel, der euch über kommende Aufnahmen, Veröffentlichungen und weitere Infos auf dem Laufenden hält und ist vielleicht interessant für alle, die kein Social Media nutzen, aber dennoch up-to-date sein möchten. Der Link dazu ist in der Podcast-Beschreibung und im Linktree zu finden und ich freue mich über jeden, der mal vorbeikommt. Schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror. Die neuen Spezialfolgen jetzt zusätzlich jeden Dienstag. Der Podcast für und von Horrorfans. Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Heute geht es um unsere Top 3 der gruseligsten Filme, die einem also so richtig übel Angst machen und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit der Jenny zu sprechen. Hallo Jenny. Hi Alex. Na, schön, dass du dabei bist wieder. Ja, freut mich. Schön, dass wir wieder zueinander finden. Ja, das stimmt. Hat lange gedauert, ne? Ja. Du warst das letzte Mal zu hören in der zweiten Special-Folge und das war im Februar, ne? Das ist also wirklich schon lange her. Oh mein Gott, war das Februar, ja? Das war Februar, ja. Jetzt hat es so lange gedauert. Jetzt haben wir mittlerweile schon, ja, fast Ende Juni wieder und wir nehmen endlich wieder auf. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht vorhatten zwischenzeitlich, aber es kam was dazwischen. Wir hatten ja doch eine Verabredung schon gehabt, aber da hat mich ja mein Internet im Stich gelassen. Dein Internet wollte nicht. Nein, mein Internet wollte nicht. Das konnte nicht wahr sein. Da war irgendwie ein großer Ausfall hier und deswegen musste ich dir leider absagen. Und, ja, aber das haben wir, holen wir jetzt endlich nach. Ja, genau. Gut, da steckt man nicht drin mit dem Internet. Nee, das ist, ich meine, ich muss halt zugeben, wir haben schon eine gute Verbindung und wir haben auch wirklich wenig bis gar keine Störung, ne? Aber wenn es dann mal ist, dann hauen die uns auch gerne mal dann zwölf Stunden Ausfall rein. Es ist ja auch so verrückt, weißt du, wenn das Internet ausfällt, dann denkt man sich, ach, gut, dann höre ich eben Musik. Gut, scheiße, ja, Spotify ist mit Internet verbunden. Gut, okay, dann höre ich eben mein Hörbuch weiter. Ja, ja, scheiße. Ja, genau. Das ist auf Internet. Das siehst du aber mal, wie schnell man aufgeschmissen ist, wenn das Internet mal einen Tag nicht funktionieren wird. Das stimmt, man ist da so abhängig von. Den einzigen Vorteil, den ich wirklich habe, wenn das Internet ausfällt, und das war jetzt neulich wieder kurz, aber das war echt nur wenige Stunden und das war auch angekündigt, ich kann ungestört schneiden. Weißt du, wenn ich hier sitze und bearbeite die Folgen, dann werde ich so oft abgelenkt von Pop-Ups hier und Push-Mitteilung dort, also sowohl am Handy als auch dann am Computer und das bringt mich immer wieder raus aus der Bearbeitung. Und das ist dann der einzige Vorteil, wenn mein Internet nicht da ist. Aber sonst habe ich es lieber mit. Das hattest du das letzte Mal auch erwähnt, dass du wenigstens schneiden kannst. Richtig. Das weiß ich noch, ja. Ja, und die Folgen und die Aufnahmen sind ja schon sehr lang und der Schnitt demnach auch sehr komplex und deswegen bin ich dann ganz froh, wenn ich dann mal nicht unterbrochen werden kann. Ja, das glaube ich dem. Ja. Das glaube ich sofort. Ja. Ja. Gut, jetzt haben wir uns für ein sehr interessantes Thema entschieden und zwar machen wir wieder ein Special und wir reden über unsere Top 3 der besten Geister schrägstrich Gruselfilme. Genau. Und es ist ein sehr interessantes Thema, ist auch eins, das gewünscht war und ich versuche jetzt specialtechnisch natürlich die Themen abzuarbeiten, die mir vorgeschlagen wurden von den Hörerinnen und Hörern und das ist eines davon und du hast dich dafür entschieden. Was ist denn für dich ein Gruselfilm im Gegensatz zu einem Horrorfilm? Wo siehst du da den Unterschied? Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Wrong Turn oder Halloween oder Freitag der 13. Oder so gucke, da habe ich dann Spaß dabei, bei den Filmen. Das macht mir Spaß zu gucken, ich fühle mich da gut unterhalten. Anders ist es wiederum bei, ich sage jetzt mal so Geister und Dämonenfilmen oder so oder alles, was auch so mit Paranormalem zu tun hat. Das ist was für mich, wo ich sage, das gruselt mich und da habe ich heute noch als Erwachsene Angst vor. Ja, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz andere Abteilung für mich, wie jetzt wirklich so Splatter, wo dann Blut fließt und wo es dann um Abschlachten geht und was weiß ich noch alles, wo wirklich die Köpfe fliegen. Das gruselt mich nicht. Und ich finde, es muss auch immer so ein bisschen ganz tief, atmosphärisch sein, was so einem Geisterfilm oder Gruselfilm vor allem. Der Sound muss stimmen, finde ich. Und ja, wenn das alles gegeben ist und dann kann ich sagen, das ist dann wirklich für mich ein guter Geisterfilm. Das ist schön erklärt. Genauso habe ich es nämlich auch gesehen. Es würde jetzt Quatsch sein, wenn wir jetzt hier Tanz der Teufel als Gruselfilm nennen würden. Genau. Das ist halt alles andere als ein Gruselfilm. Das ist ein Horrorfilm und zwar knallhart noch dazu. Hier geht es jetzt um die Filme, die so ein bisschen langsamer, leiser erzählt werden, die nicht mit Blutspritzen und Gedärme fliegen erklärt und erzählt werden, sondern wo es rein um Atmosphäre geht. Ja, genau. Sehe ich genauso. Ja, richtig. Was würdest du sagen, ist so deine gruseligste Szene, die du als Kind gesehen hast, die dich in Ewigkeiten verfolgt hat? Also wo du sagst, da konntest du nächtelang nicht schlafen, dass du nächtelang keine Ruhe gehabt. Gibt es da so eine Szene, an die du dich erinnerst? Also wo du so, ja, es gibt ja da so einige Leute, die das sagen, damals hatten sie Probleme damit, da sind sie überhaupt nicht drüber hinweggekommen über die Szene. Ja, und zwar weiß ich nicht, ob du den Film kennst, das war Schneewittchen mit Sigourney Viva. Kennst du den? Nee, tatsächlich nicht, aber habe ich vor Augen. Ist ein uralter Film und ich kann mich entsinnen, dass meine Eltern, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe in einer Folge, dass mein Zimmer quasi ums Eck war von unserem damaligen Wohnzimmer in meinem Elternhaus. Und immer, wenn meine Eltern abends spät noch Fernsehen geschaut haben und ich nicht schlafen konnte, hatte ich heimlich an meiner Zimmertür gestanden und habe dann mit Fernsehen geguckt, weil meine Eltern mit dem Rücken zu mir lagen auf der Couch. Und die hatten das also nicht mitbekommen. Und ich weiß noch, wie damals dieser Film Schneewittchen lief und wie sich Sigourney Viva in diese Hexe verwandelt. Und dieses Bild hatte ich Monate nicht aus dem Kopf bekommen, Alex. Das war für mich so schlimm. Ich war als Kind mit meinen Nerven am Ende. Traumatisiert. Ja, wirklich. Also mir hat es solche Angst gemacht. Was würdest du schätzen, wie alt du warst? Da war ich circa sieben, acht Jahre alt, wenn ich jetzt schätzen müsste. Und dann war nochmal so ein Moment. Da lief auch ein Film. Aber ich kann dir beim besten Wind den Titel nicht sagen. und da war irgendeine Gestalt bei einem Kind unter dem Bett. Ja. Und hat, glaube ich, versucht, in meiner Erinnerung, wie ich es noch habe, das Kind unter das Bett zu ziehen. Ich weiß nur nicht mehr, welcher Film das war. Und ich hatte damals als Kind ein Himmelbett und es war ziemlich weit oben vom Boden entfernt. Ja. Da habe ich dann meine Bettsachen und so unten drunter liegen. Und ich habe dann immer solche Angst gehabt, dass das, was unter meinem Bett liegt. Ja, ja. Und wenn du zum Beispiel dann das Bett verlässt, etwas nach den Füßen greift, ne? Ja, genau. Und das ist dann der Moment, wo du auch nie mit den Füßen aus dem Bett liegen kannst, ne? Ja. Weil du Angst hast, es kommt so ein Arm, so eine Hand unter dem Bett raus. Ja. Du, das kann ich aber heute noch nicht, ne? Da habe ich heute noch mit Probleme. Einfach so, weißt du, so, man liegt auf dem Bauch in Richtung Wand und hat aber dann ein Bein dann aus dem Bett hängen, ne? Das ist etwas, wo ich heute noch sage, das muss nicht unbedingt sein. Das ist total bescheuert, aber es ist wirklich... Ja, nee, aber da siehst du mal, dass du manche Dinge einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommst, ne? Ja. Das hat sich einmal festgefressen und dann war es das. Ja. Ja, ich hatte natürlich auch solche Erinnerungen, ich habe das ja schon mehrfach erzählt, dass mich damals der erste Teil von Nightmare on Elm Street unfassbar fertig gemacht hat. Ja, genau. Aber was mich auch sehr traumatisiert hat, war selbstverständlich das Original zu Friedhof der Kuscheltiere, Zelda, die Schwester, das hatte auch ein damaliger bester Freund von mir große Probleme mit, das war, bekam man gar nicht aus dem Kopf, über viele Monate gefühlt, ne? Ja, aber was ich, ich habe auch teilweise so echte Dinge mit reingebracht, weil ich schon immer eine sehr starke Fantasie hatte und ich erinnere mich daran, dass wir mal im Urlaub waren in Norddeutschland, ich komme ja ursprünglich aus Husum und da sind wir nach Schleswig gefahren und dort gibt es ein Schloss namens Gotthoff. Schloss Gotthoff ist ein riesiges, riesiges, unfassbar schönes Gebäude und ist ein Museum und die hatten ein extra Gebäude und dort gab es dann die sogenannten Moorleichen. drin und das sind ja echte Leichen gewesen, die da waren, also echte Menschen, also das, was noch übrig war und dann sah ich diese eine Leiche, dieses schwarze Etwas und ich konnte aufgrund dessen über Wochen hinweg in meinem Bett nicht die Füße ausstrecken, weil ich mir praktisch vorgestellt habe, dass dieses Ding an meinem Fußende liegt und ich dann mit meinen nackten Füßen es berühre. Also habe ich praktisch immer wie so eine Embryo-Haltung geschlafen, bis es wieder hell wurde. Genau, ja doch, aber das verstehe ich. Das war wirklich so. Also jetzt geht erstmal ein Gruß an Schleswig raus und dann alle aus der unmittelbaren Nähe natürlich. Ja, oh mein Gott. Ja, aber da siehst du mal, als Kind interpretiert man ja immer noch das Doppelte und Dreifache mit rein, was ja sowieso schon ist. Das stimmt, ja. Man hat, so wie du auch schon sagtest, eine sehr starke, große Fantasie und ja, da kann eine Kleinigkeit, aus einer Mücke wird wirklich ein Elefant bei einem Kind im Kopf. Ich war mal an meinem Handy beschäftigt mit irgendwelchen Videos gucken und dann kam der Trailer zu The Non und mein Ältester hat neben mir gesessen und hat es gesehen. Okay. Und mir war das in dem Moment gar nicht so bewusst, weil ich dachte, der guckt gerade aus auf den Fernseher und hat aber stattdessen bei mir mitgelinst die ganze Zeit und dann hatten wir abends, frag nicht du, als der ins Bett musste, ich kann dir sagen. Und es ging auch bestimmt eine Woche oder 14 Tage, bis wir auf ihn einreden konnten, dass das ja alles nur gespielt ist und dass diese Frau ihn echt nicht so aussieht und dass die ja geschminkt wird und das war auch für ihn ganz, ganz schlimm. Und wusstest du das denn erst dann, dass er geschaut hat oder hattest du das direkt mitbekommen, dass er... Nee, ich habe das erst abends dann mitbekommen, als ich ihn zu Bett brachte und er nicht einschlafen konnte. Ach ja. Und dann bin ich irgendwann zu ihm ins Zimmer und dann lag er wirklich zusammengekauert im Bett und hat fast angefangen zu weinen und dann habe ich ihn gefragt, was los ist und dann hat er es mir erzählt. Ach ja. Das tat mir auch so leid, weil es ja irgendwo meine Schuld war. Also ich kann mich ja nicht neben den Kleinen setzen und erwarten, dass der schön auf den Fernseher guckt, während Mami irgendwas nebenan, ne? Kann ich aber schon nachvollziehen. Ich meine, ich habe mit meiner Kleinen auch schon auf der Couch gesessen und denke, sie guckt Paw Patrol und letzten Endes schaut sie bei mir aufs Tablet, ja? Ja, ja. Die sind so flink, was das angeht. Das ist wie, dass sie nie drauf hören, was du ihnen sagst, aber hören immer zu, wenn es nicht um Themen geht, die sie mithören sollen. So ist es. Typisch, typisch Kinder, ja. Richtig. Ja, ja. Das stimmt schon. Okay, also ich bin ja mal gespannt, was du da dir rausgesucht hast für Themen. Ebenfalls. Wird bestimmt interessant werden. Du darfst natürlich als Gast, wie das ja immer so ist, beginnen und bin jetzt mal gespannt auf deinen dritten Platz, deiner Top 3 der besten Geister beziehungsweise Gruselfilme. Ja, mein Platz 3, brauche ich jetzt gar nicht weit ausholen, ist Insidious. Insidious, ja. Das ist der erste Teil natürlich, ne? Der erste Teil natürlich, genau. Würdest du den eher als Gruselfilm bezeichnen, als Horrorfilm? Ich würde eher sagen Gruselfilm. Also Insidious ist für mich ein Gruselfilm, weil er mir Angst gemacht hat, als ich ihn geschaut habe. Ja, das hat er wirklich, ja. Ging mir genauso damals. Genau, genau. Und deswegen ist er für mich eindeutig ein Gruselfilm. Das, ja. Wegen so vielen Stellen, über die du ja auch schon im Podcast gesprochen hattest. Genau, ja. Weißt ja, welche Stellen ich meine. Der hat in mir so ein Unbehagen ausgefühlt, weißt du? Ja. Und wenn ich aber dann solch eine Art von Film gucke, mag ich diese Unbehaglichkeit. Ich mag das richtig, wenn es so in meiner Bauchgrube so vor sich hin rumort. Und das hat der Film eindeutig geschafft bei mir. Ja, hast du den damals im Kino gesehen, den ersten Teil? Den habe ich, jetzt müsste ich lügen. Nee, den habe ich, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Ist ja auch schon ein bisschen her. Das wäre ja so 2009 oder 2010 gewesen. Also Anfang 2010, glaube ich, wäre das dann gewesen. Ich überlege. Oder vielleicht sogar ein bisschen später. Nee, das muss eher später gewesen sein. Das, weil ich, das... 2013? Kommt es hin? Oh, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Aber meine Tochter wäre dann schon da gewesen. Die war noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Oder wir haben sie im Auto gelassen und ich weiß es nicht mehr. Alex, jetzt aber du. Nee, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es waren 9 oder 10. Natürlich war der Film im Kino genial, aber wir haben ja auch schon im Podcast übergesprochen. Vor einem Jahr jetzt ziemlich genau ist ja die Folge dazu erschienen. Und der Film hat vieles richtig gemacht. Ich mag ja das Ende nicht mehr so. Das haben wir ja auch schon gesprochen in der Folge und ein paar Mal gesagt. Wie findest du denn das Ende? Würdest du sagen, dass der Film dich von Anfang bis Ende dann doch zieht? Nee. Nee, auch nicht. Also ich muss dir sagen, da bin ich völlig bei dir. Also so die ersten 45 Minuten, die catchen dich richtig weg. Also wirklich grandios gemacht. Ja. Auch von der Story her, von dem Aufbau und das Ganze, finde ich den wirklich fantastisch. Aber dann so, als sie in diese, ich sage jetzt mal in diese Welt, als sie da dann reinkommen und durch diese Geisterwelt quasi, das zieht sich so in die Länge für mich. Ja. Ich weiß nicht, da kam bei mir die Luft irgendwie raus. Was ich wiederum gut fand, war diese Stelle mit diesem ekelhaften Lied. Ah, das ist furchtbar. Genau, genau. Aber dieses Lied passt hervorragend zur Szene. Als dieser Dämon, Schrägstrich Teufel, sich diese Krallen schärft. Ja, genau. Und ich fand diesen Song so prima herausgesucht für diese Szene. Und das hat mich auch nochmal richtig gegruselt. Aber viel hauptsächlich durch diesen Song. Ja, also ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich dieses Lied grässlich finde. Es ist halt einfach so ein furchtbarer Ohrwurm. Den kriegst du ja auch nicht so leicht raus. Ja, ja. Und das, ich weiß nicht, mir ist das halt auch zu happy, dieses Lied. Weißt du, wir wollen uns, wir sollen ja gegruselt werden und nicht fröhlich in Anführungsstrichen sein. Wenn das Lied dann nicht dazu passt, das habe ich schon tausende Male gesagt, dann fällt man halt so ein bisschen, fällt man halt so ein bisschen raus. Ja, ja. Also bei mir ist das zumindest so. Ich bin da nicht gegruselt, wenn ich dann eine Spieluhr höre zum achtzigtausendsten Mal. Das war früher irgendwann mal lustig und auch gruselig. Da hat man das mal miteinander in Verbindung gebracht. Und dann hat man im Kino gesessen, ich mit meinen damaligen besten Freunden. Und dann hat man gesagt, boah, ist das spannend. Aber heute ist es mega ausgelutscht. Also diese Happy Music zu eigentlich gruseligen Szenen. Ja, weil es halt immer verwendet wird, ne? Genau. Es ist halt nichts Neues mehr. Es ist halt echt wirklich ausgelutscht. Heute sollte man meiner Meinung nach spannende Musik zu spannenden Szenen spielen, die halt passen zur Atmosphäre und dann nicht der Meinung sein, dass es denn noch eine coolere Idee wäre irgendwie, keine Ahnung, Heimatmusik. Ja, doch, doch. Ich weiß schon, was du meinst. Also ich gebe dir da auch recht. Ich weiß nicht, ich fand das damals so dermaßen gruselig. Das hat mir wirklich Angst gemacht, bis ich dann das erste Mal gelesen hatte, um was das in dem Song eigentlich geht. Weißt du? Ja, okay. Ja, ich bin mir nicht mal sicher. Ich müsste jetzt noch mal den Text genau nachschauen, um was das geht. Aber ich meine, ich hätte noch was im Kopf mit einer Blumenwiese oder so und Wassertropfen, Regentropfen irgendwie. Ich weiß es nicht mehr. Okay, aber interessant. Ja, also den hast du auf deinem Platz drei. Ich bin ja super gespannt, was du jetzt auf Platz eins schon hast, weil mir du, also ich meine, wir können das ja sagen, dass du, du bist ja ein großer Fan von The Conjuring, ne? Ja. Und hast du mir jetzt vor der Aufnahme schon gesagt, dass der nicht dabei ist? Ja. Ich denke, das ist schon okay, wenn wir das jetzt sagen, weil vielleicht denken ja viele, ach, ich mache aus, die Jenny sagt wieder Conjuring. Nein, die Jenny sagt nicht Conjuring. Diesmal nicht. Ja, genau. Vielleicht mache ich jetzt die Carina aus, weißt du? Gerade deswegen. Du, bei Carina habe ich sie jetzt verschissen. Vielleicht, ja. Carina, es tut mir leid. Ich bin gerade, ich entschuldige mich. Ja. Okay, gut. Ja, aber super. Dann wissen wir ja Bescheid. Also das ist dann Insidious. Du weißt, was ich ganz, ganz oft höre, so in meinem inneren Auge. Äh, Ohr. Ich höre es mit meinem inneren Auge. Ja. Ist auch interessant. Also ich höre dich manchmal, wenn du sagst, nee, 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 nee. Und das ist ganz komisch, weil ich manchmal nicht, also ich konnte lange nicht zuordnen, warum das so kam. Und zwar ist das nämlich bei unserem ersten Special gewesen. Dann hast du nämlich dann Platz 1 gesagt und dann musste ich ja natürlich meinen Platz 1 sagen. Dann habe ich aber dann gesagt, so, dann sind wir fertig. Und dann sagst du dann, nee, 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 nee. Das hatte ich immer wieder im Kopf oft. Total verrückt. Ja, das fällt ziemlich oft zu Hause, warum? Ach ja, okay, okay. Das hat, mein Kleiner hat es auch schon super drauf. In Ordnung. Okay, dann nenne ich dir mal jetzt meinen Platz 3, ja. Und zwar ist das, da musste ich gar nicht so lange überlegen, ne. Also erst habe ich ja so gedacht, ah, was nehme ich da? Aber ich habe wirklich nur Gruselfilme. Da ist also keiner irgendwie als Horrorfilm zu bezeichnen. Denn, ähm, also Platz 3 ist für mich The Others mit Nicole Kidman. Ja. Ja. Gibt es ja auch schon eine Folge zu, damals mit der Susi aufgenommen. Ist ja auch schon mal ein Jahr her. Und das ist wirklich ein Gruselfilm par excellence, kann man sagen, ne. Ja, atmosphärisch sowieso, ne. Sehr atmosphärisch. Den habe ich damals 2002 im Kino geguckt. Ich weiß noch, dass das so eine Art Kino-Marathon war. Ich war mit der Ausbildung damals fertig und bin dann, ja, gefahren in das Center hier, wo das Kinopolis ist bei uns. Und dann habe ich mir dann, ja, dann The Others angeguckt. Das war sogar eine Mittags- oder Nachmittagsvorstellung. Und ich war begeistert, ne. Also das war wirklich, hin und weg war ich. Ich weiß noch, dass ich danach noch den ersten Harry Potter geschaut habe, dann auch noch. Weil ich gedacht habe, ach, jetzt fahre ich nicht heim, ich gucke mir noch was an. Okay. Das habe ich nur in Erinnerung. Aber natürlich war Harry Potter nicht lange so gut wie The Others. Das ist ein Film, der hat mich unfassbar begeistert. Ich habe ihn auch wieder genossen, als ich dann drüber gesprochen habe, vor einem Jahr, mit der Susi drüber. Wie findest du The Others? Ich finde den auch atmosphärisch prima. Ich habe jetzt auch gerade richtig Bock, den mal wieder zu gucken. Ich war damals nicht so ein großer Fan von Nicole Kidman, muss ich dir ehrlich gestehen, weil mir ihre Rollen in den, ich sage jetzt mal, die hat ja auch schon viel in Komödien und so mitgespielt. Da gefällt sie mir nie. Aber bei The Others spielt sie das so gut. Diese Rolle ist ja wie auf den Leib geschnitten, muss man wirklich sagen. Und atmosphärisch vom Sound und allem drum und dran. Und auch, weil er jetzt so ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist. Ja. Ist jetzt auch schon über 20 Jahre alt. Ja, stimmt. Das macht das Ganze noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, schmackhafter. Ja. Und noch atmosphärischer. Weil ich finde, würde man The Others, die Geschichte heute nochmal erzählen und verfilmen, würde der Film wahrscheinlich lange nicht so gut werden wie damals von 2002. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Stimmt, ja. Der Film hat auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Er ist mir auch noch immer im Gedächtnis, obwohl ich ihn schon bestimmt sechs Jahre oder so oder sieben Jahre nicht mehr geguckt habe. Aber ich habe ihn immer noch vor Augen. Wirklich ein klasse Film, gebe ich dir recht. Ja. Ja, der erzählt ja halt auch einfach, er ist aus der anderen Perspektive, das macht ihn ja auch so interessant. Ja, genau. Also es ist ja so, dass wir, obwohl wir spoilern, wir ja mal lieber nicht. Also für alle, die ihn ja noch nicht kennen, obwohl die meisten ihn wahrscheinlich kennen werden. Ich denke schon, ja. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von Nicole Kidman, ne? Also es gibt wenig mit ihr, was ich wirklich gut finde und auch kenne, ne? Ja. Also natürlich ist sie eine umwerfende Frau. Also damals, heute sieht sie nicht mehr so gut aus, weil sie sich auch unter das Messer gelegt hat, ne? Also es ist furchtbar, wie sich wirklich gut aussehende, tolle Frauen verschandeln. Also ich sage nur Meg Ryan, ne? Ja. Oh Gott, was ist aus Meg Ryan geworden? Ja. Oder die andere, wie hieß die, Megan Fox? Ja, die ist ja gar nicht mehr sie selbst. Oh, die sieht ja auch so schlimm aus, ey. Oh mein Gott. Also ich würde nicht sagen, dass die verschandelt ist, aber die ist ja nicht mehr sie selber. Also was war das für eine Frau, oder? Also die hat doch damals in Transformers kam sie doch so richtig groß raus. Oh, da sah die super aus. Ja, das war das für eine Frau, ja. Also ganz ehrlich, die sind nicht ganz klar, die Frauen. Ja, ja. Ja, okay, gut. Jedenfalls gibt es einen Film, den ich mit Nicole Kidman super klasse finde und der ist echt zu empfehlen, aber auch unbekannt. Das war ihre erste richtig große Rolle. Todesstille, damals war sie noch in Australien und der heißt Todesstille, mit Sam Neill zusammen. Ist ja auch bekannt. Und Billy Zane, das ist, ja, Carol, also praktisch der Verlugte von Kate Winslet in Titanic. Okay. Und das ist ein super spannender Thriller. Ist dir der bekannt? Nee, sag mir nicht so. Oh, dann spreche ich dir hiermit eine große Empfehlung aus. Der ist, glaube ich, von 88. Und nur um es kurz anzuschneiden, geht darum, dass die beiden ihr Kind verlieren. Ganz bitter, ganz bitteriges Stichte. Und sie segeln dann, sind halt auf offenem Meer mit einem Segelboot, also um halt einfach den Kopf freizukriegen. Und dann fällt ihnen plötzlich so ein abgefucktes, altes, großes Schiff auf, das so um sich, also bei denen rumtreibt, also in unmittelbarer Nähe. Und dann sehen sie dann, dass Billy Zane mit einem Paddelboot dann zu denen rüberkommt und dann erzählt, dass die gestorben sind. Da, die hatten wohl eine Lebensvergiftung, also seine ganze Crew dort. Und als der dann schläft in so einer kleinen, in deren Kabuff dann, sich halt ausruht, entscheidet sich Sam Neill halt eben drüber zu gehen. Er will sich das mal, da mal umgucken. Und als er dann mit dem Paddelboot rüber geht und Billy Zane das selber natürlich nicht mitbekommen soll, findet er dann, dass dort alle zerstückelt sind. Also, dass der, die da alle fertig gemacht hat. Und, naja, er will dann natürlich wieder zurück, um dann zu seiner Frau, aber Billy Zane ist dann rechtzeitig da und türmt dann mit ihr. Also, er schlägt sie K.O. und fährt dann weg und lässt ihn dann halt auf offenem Schiff, auf offener See alleine. Und, ja, er ist dann auf diesem Boot, das aber nicht mehr manövrierfähig ist, dann gefangen. So, um das jetzt mal kurz anzuschneiden. Es ist ein sehr interessanter Thriller und den musst du dir unbedingt mal anschauen. Muss ich mir mal merken. Ja. Hört sich interessant an. Ja. Ja, Nicole Kidman Samley, ein super spannender Film. Lange nicht mehr gesehen, muss ich unbedingt nochmal wieder machen. Ja, du, merke ich mir auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht ihr größter Fan, aber Die Otters ist wirklich ein grandioser Film. Ich, ach Gott, wie hieß der andere Film noch? Ich darf nicht einschlafen, ich darf nicht schlafen oder so. Ach ja, stimmt. Den habe ich einmal nur gesehen. Der war gar nicht verkehrt, oder? Der war echt gut. Ich darf nicht schlafen, heißt der, glaube ich, ja. Ja, genau, ich darf nicht schlafen, doch, genau, genau. Wo sie ja irgendwie einen Unfall hatte, meinte zu hatten, äh, na, 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 na. Wo sie meint, sie hätte einen Unfall gehabt, das wird ihr so ja immer wieder erzählt und, ja, und dann führt sie ja, glaube ich, Videotagebuch, ne, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Ja, richtig, richtig. Äh, genau, und will ja dann quasi, äh, wirklich dem Ganzen auf die Spur kommen, ne, was wirklich geschehen ist, warum sie, ähm, ihre Diagnose, ich glaube, das war Amnesie, ne, wo sie dann jeden Tag quasi aufwacht und hat keine Erinnerung mehr an den Vortag. Und der ist wirklich gut. Der ist echt klasse. Ja, den, den, den habe ich mir einmal angeschaut und dann nicht mehr, den muss ich mir nochmal, auch nochmal auffrischen, der, der, ich habe ihn aber ganz gut in Erinnerung, aber er ist mir gar nicht mehr so richtig. Nee, ich muss ihn auch nochmal, ich glaube, ich habe den auch nur einmal geschaut, ähm, ich glaube, der war mal bei Netflix, ähm, müsste ich jetzt aber auch, doch, ich meine, bei Netflix war der drin, ähm, muss ich mal gucken, ob der noch da ist überhaupt. Ja, gut, also The Others mit Nicole Kidman ist mein Platz 3, wer es noch nicht hat, unbedingt mal anschauen und auch die Folge dazu hier hören, ne. Ja. Jetzt darfst du mir deinen Platz 2 sagen, bin gespannt. Mein Platz 2 ist, äh, The Autopsy of Jane Doe. Oh ja, 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 super, den hatte ich ja auch schon, schon dran gedacht vorhin, aber da nicht drauf genommen, aber super Titel. Ich war mir noch unsicher, ob du ihn vielleicht doch auf deine Top 3 Liste setzen willst, aber ich habe dann gedacht, nee, der muss auf Platz 2 bei mir, ähm, ich liebe den Film. Ja, aber man, die, man braucht auch neue Unterhosen, ne. Ja, danach, ja. Sofern die Bremsspuren nicht mehr raus. Ja, genau. Ich bin ja so ein Typ, weißt du, das ist so typisch Mann, glaube ich, ich habe ja, ähm, Unterhosen, auf denen der Tag steht, ne. Ja. Ich glaube, sowas haben nur Männer, ne, ich glaube, für Frauen ist das zu blöd, oder? Wahrscheinlich. Also, ich wühle dann durch die Schublade und sage, wo ist denn jetzt der Donnerstag? Das kann doch nicht wahr sein. Du, das haben wir nur bei den Socken zu Hause und das funktioniert ja gar nicht. Ja, okay. Also, ähm, glaubst nicht, dass ich mich da dran halte und, äh, am Mittwoch die Wednesday-Socken anziehe, also. Ja, genau. Nee, nee. Also, weißt du, mir ist das jetzt mittlerweile zu viel Wäsche, weißt du, mit den Unterhosen, ähm, jeden, ähm, die da jeden Tag wechseln. Deswegen habe ich mich denn jetzt, habe ich bei Amazon jetzt die gekauft, weißt du, die monatlich bedruckt sind. Die habe ich jetzt bestellt, neulich, ja. Und die sind gekommen, musst dir vorstellen, dann erwarte ich zwölf Unterhosen, dann sind das nur sechs. Und zwar, weil nämlich Januar und Februar die gleiche Unterhose ist, dann musst du umstülpen. Das ist nicht dein Ernst? Das ist auch ein Ding, oder? Habe ich weniger Wäsche jetzt. Hast du dich beschwert, Weniki? Ähm, ja. Ja, nein. Nein, ach, Quatsch. Also, das war jetzt nicht ernst gemeint. Oh mein Gott. Du, bei dir ist man dann nie so sicher. Ah ja, so, danke. Ja, danke, man weiß nicht so ganz, was man glauben kann, was nicht, ja. Das ist immer so 50-50 mit dir. Ja, genau. Ja, irgendwann, irgendwann hörst du es raus. Dann hörst du, in der Art, wie ich rede, hörst du es dann raus. Ja, das stimmt. Wenn du selbst drüber lachen musst, schon über deinen eigenen Flachwitzel, ne? Ja, genau. Also, du hast tatsächlich da eine sehr gute Wahl getroffen, ne? Also, Jane Doe habe ich, das ist schon ewig her, ich weiß gar nicht, wo die Jahre geblieben sind, 2017 zum ersten Mal gesehen, ich weiß es noch so genau, weil das vor unserem Irlandurlaub war und ich hatte den dann natürlich mit Kopfhörer und bei Dunkelheit an und ich dachte dann so, oh mein Gott, was passiert hier? Also, ich bin ja immer mehr vom Sessel gerutscht, von der Couch, ich saß dann irgendwann, glaube ich, vor der Couch. Ja. Diese Stimmung war so unfassbar. Ja, das stimmt, ja. Also, er hat ja so seine Probleme. Es gibt so ein paar Dinge, die finde ich nicht ganz so toll gelöst. So ab so 40 Minuten, würde ich sagen, da flacht er für mich ein bisschen ab. Ich habe da auch schon sehr oft drüber gesprochen hier, also das ist jetzt gar nichts Neues, was ich erzähle. Ja, also, er hat halt so das Problem, wie gewisse andere Filme, die unfassbar gut anfangen, aber dann leider nicht mehr ganz so gut enden, ne? Weil die dann halt nicht so, dann nicht so wissen, wie sie ihn dann, ähm, ja, enden sollen. Was ist denn bei Jane Doe bei dir immer so am meisten in Erinnerung? Was findest du so echt am gruseligsten? Welche Szene? Ähm, Szene habe ich jetzt noch nicht mal so spezifisch was. Es ist bei mir einfach diese, diese erdrückende Atmosphäre von diesem Krematorium, ne, Krematorium ist es ja nicht, ne? Es sind ja, ähm, ja, was ist es? Gerichtsmedizin. Ja, genau, Gerichtsmedizin, so ist es. Genau, genau. Und einfach so dieses beklemmende Gefühl, dass sich dieser ganze Film ja nur in diesem Haus abspielt. Richtig. Ne, ich glaube, du siehst einmal eine Szene von dem Haus, ne, außerhalb der Räume. Ja. Und, ähm, das ist für mich so beklemmend, erdrückend und man, man hat das Gefühl als Zuschauer, dass man nicht aus diesem Haus rauskommt. Ja, ja, doch, dass du gefangen bist, also, dass es einfach nicht geht. Und die sind ja auf diesen Aufzug angewiesen, ne, also, nachher Treppen müsste es ja eigentlich geben, aber, ähm, ja, sie sind auf den, sind halt auf den Aufzug angewiesen, der ja noch nicht richtig funktionieren will, da natürlich nicht. Und, ähm, welches hier nämlich so unheimlich gegruselt hat, das habe ich auch in der Folge der gruseligsten Szenen erwähnt, mit Tom gemeinsam, ist halt, wenn er in diesen Spiegel guckt und sieht, dass um die Ecke da was steht. Das ist so simpel, aber ist extrem effektiv bei mir. Ja, ja, als er durch den, als er in den Flur reinläuft, ne? Ja, genau, weil er in diesen einen Raum gehen möchte und dann guckt er so aus den Augenwinkel hin und sieht, dass da was steht. Das ist so scary, meine Güte, das, das, ähm, hat extreme Wirkung bei mir, sowas. Wirklich, also ich fand auch die Szene so unbehaglich, als der Vater dann endlich realisiert hat, dass das was mit, äh, Hexerei zu tun hat, ne? Ja. Ähm, als ihnen quasi dieser, dieser Blitzgedanke kam, dass, ich meine, der Sohn hat ja schon von vornherein gemerkt, da stimmt irgendwas nicht, ne? Das ist, ähm, aber so der Moment, als es der Vater dann auch realisiert hat, das war einfach geil. Einfach ein geiles Gefühl. Ja, doch. Weißt du, er driftet so ein bisschen in Quatsch ab, wenn der Vater dann meint, mit der Leiche reden zu müssen, wenn er dann so sagt, bitte nimm, nimm mich, verschone ihn. Und das ist, ähm, das ist Quatsch, ne? War es auch, ja. Das ist wirklich Quatsch. Ähm, als er sich dann die, 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 die Verletzungen zufügen lässt, ne, meinst du? Ja, genau, das ist richtig, ja. Das ist auch so blöd gesetzt eigentlich, ähm, weißt du, die sind doch dann in diesem anderen Büro, wo sie doch die Tür zumachen und dann hört man doch draußen dieses, dieses Klirren, ja, dass doch da, ähm, eine Leiche rumläuft und dann ist das Klirren auf einmal weg und dann geht er dann zu Boden und guckt den unter den Schlitz und dann siehst du auf einmal, wie denn der Fuß plötzlich so ins Bild kommt, also so gehauen wird regelrecht. Und wenn du dir das jetzt mal vorstellst von außen, weißt du, als hätte diese Leiche, ähm, jetzt gestanden und den Fuß oben gehabt die ganze Zeit, um ihn dann irgendwann auf den Boden zu dotzen, ja? Ja, ja. Das ist Quatsch. Da hätte die Leiche einfach normal weiterlaufen müssen. Da war dieser Schockeffekt völlig unnötig und blöd, ja? Ja, too much einfach. Ja, ja. Und auch, dass er doch, ähm, der Vater dann in diesem, ähm, Badezimmer ist, das nebendran ist und dann auf einmal ein Auge direkt neben ihm erscheint. Und ich hab das nie so hundertprozentig kapiert, was das sein soll, wo ja dann der Vater meint, das war sie. Und dann denk ich mir, wie war sie das? Sie liegt doch nebenan in dem Raum. Also, da wird er leider ein bisschen flach dann. Das ist dann so nicht mehr so toll gelöst wie der Anfang. Und, ja, was ich super finde natürlich ist das Ende. Ähm, also wenn der Film zum Glück mit einer spannenden, atmosphärischen Musik beendet wird. Also, das war schon wirklich, äh, gut entschieden. Also, da hat der Regisseur, das ist ja, glaube ich, ein Norweger, super Arbeit geleistet. Also, einen tollen atmosphärischen Horrorfilm gemacht, wo man die Hosen voll hat bis zum Anschlag, ne? Ja, doch. Also, das war auch mal was anderes, ne? Ja, das war's wirklich. Für mich, das war wirklich toll. Und es ist schade, dass er auf Netflix nicht mehr verfügbar ist. Ja, ich hab ihn auf Blu-Ray, ne? Ich hab ihn auch da. Oh, perfekt. Ja, also, ich hab ihn mal geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals reingeguckt habe, weil ich ihn ja dann halt echt kannte oder auch dann in meinem Stream geschaut hab, ne? Ja. Aber es ist ein Megafilm, ja? Also, wer ihn noch nicht geguckt hat, also unbedingt Licht aus, aber das ist dann schon eine Mutprobe, ne? Den Film zu gucken mit Licht aus, ne? Du, ich hab Lights Out nachts geguckt. Ja. Hast du gesagt? Ich bin schon so ein bisschen geübt. Du bist abgehärtet, ne? Mittlerweile so, ja. Würde ich schon, überhaupt. Ja, okay. Ja, in Ordnung. Dann haben wir, ähm, hast du einen tollen zweiten Teil? Naja, den zweiten Platz, meine ich, genannt. Und, bis jetzt bin ich nicht enttäuscht. Ich weiß ja, solange Conjuring nicht dabei ist, kann ich dich nur glücklich machen. Das weiß ich schon. Ja, vielleicht kommst du jetzt mit Conjuring 2, weißt du. Nein, okay, gut. Alles gut, diesmal nicht. Also, also, mein Platz 2, und ich weiß gar nicht, ob du den kennst, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber es ist ein Traum von Filmen. Mhm. Und zwar mit, ähm, Harrison Ford und Michelle Pfeiffer. Mhm. Und, kommst du schon dahinter? Mhm. Okay. Schatten der Wahrheit. Oh, der sagt mir nichts. Alter. Äh, sorry. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich war jetzt zu schockiert für einen Bruchteil einer Sekunde. Es tut mir leid. Nein, ich wollte sagen, wirklich nicht. Okay. Oh mein Gott. Alter, was los mit dir? Stress mach nicht rum jetzt. Also, fangen wir noch mal an. Also, du kennst Schatten der Wahrheit nicht. Also, hast du den nur nicht gesehen oder sagt dir der Titel nichts? Äh, beides. Wow. Dann hast du aber echt einen mega Film verpasst. Der ist von 2000, würde ich sagen. Und hat also jetzt seine 23 Jahre echt auf dem Buckel. Ist, wie gesagt, mit Harrison Ford in einer fantastisch besetzten Rolle und einer tollen Performance und auch einer super tollen Michelle Pfeiffer. Okay. Dieser Film ist mega, mega gruselig. Das ist ein super, klasse Thriller von Robert Zemeckis, der ja auch so Klassikowitsch zurück in die Zukunft gemacht hat und der Tod steht hier gut und Forrest Gump natürlich und so. Ja. Und überzeugt auf ganzer Linie. Das ist ein mega spannender Film. Also, da sage ich ganz ehrlich, und da würden mir auch viele zustimmen, da hast du was verpasst. Wenn du diesen Film nicht guckst, dann fehlt dir was. Muss ich nachholen, ja. Absolut. Das ist ein mega Thriller. Aber tu dir jetzt schon den Gefallen und guck dir aber keinen Trailer an. Ja. Weil der Trailer würde dir nämlich was verraten, was du eigentlich nicht wissen solltest. Sonst, ähm, das ist halt der Scheiße halt. Trailer sind halt einfach kacke. Ja, meistens. Ich habe neulich an diesen einen Film geguckt, der auf Disney Plus ist, The Barbarian. und habe den Trailer nicht gesehen und war dann, gut von dem Film kann man sagen, was man will, aber ich habe danach den Trailer gesehen und gedacht, ach du Scheiße, die verraten ja schon was total Wichtiges. Ah, toll. Na gut, ich habe den Trailer nicht gesehen. So war ich nämlich noch immer überrascht und on edge, weißt du. Aber, wie gesagt, Schatten der Wahrheit ist, ähm, geht halt um, die sind ein glücklich verheiratetes Paar, die Tochter ist jetzt auf dem College und sie geht davon aus, dass der Nachbar, ähm, seiner Frau was angetan hat, weil die Todesangst hat vor ihrem Mann und stellt sich dann aber heraus, okay, ich sage jetzt nicht mehr als nötig, also jedenfalls ist es so, dass der Film dir was erzählt, aber es letzten Endes alles ganz anders ist. und ich habe diesen Film damals im Kino geguckt mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, das weiß ich noch und da gab es dann so ein paar Schockmomente drin, wo mein Vater sich so erschreckt hat, dass die komplette Bank mit, mit 25, ähm, Sitzen gewackelt hat, so um den Dreh. Also, ähm, Schatten der Wahrheit ist wirklich ein, ein Must-See, ne, und musst du dir unbedingt mal, unbedingt mal antun. Also, da hast du zwei Stunden perfekte Top-Unterhaltung, ne, also Wahnsinn. Da muss ich mal später gucken, ob ich den irgendwo finde, muss ich mal gucken. Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, der, äh, den muss ich auf jeden Fall gucken. Ja, also schauen dir an, da, da wirst du, denke ich, also ich, ich kenne ja jetzt auch deinen Geschmack so ein bisschen, ne, da wirst du mit Sicherheit nicht enttäuscht sein, also, dass du mir danach schreibst, was, was empfiehlst du da für ein Kack, das halte ich für sehr unbezweifle ich, bezweifle ich echt stark, also, ähm, muss ich auf jeden Fall gucken, also definitiv. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass du deinen Mann begeistern kannst, mitzuschauen. Gut, mit Harrison Ford, so wie sie. Ja, guck, dann passt das doch, ne? Ja. Ne? Also, die beiden spielen granatenhaft. Ja. Die sind so toll, die, zusammen, und dann ist dieser Film ja auch noch so fantastisch gedreht, ne, der hat ja ganz tolle Kameramoofs und sowas, ja, damals, vor 23 Jahren war das noch echt neu. Mhm. Und, ähm, du weißt halt nie, woran du bist, ne, weil immer, wenn du weißt oder meinst zu wissen, was passiert, ist es halt eben nicht so. Oh, hört sich gut an. Also, unbedingt, ach, Schatten der Wahrheit schauen, ja? Mehr möchte ich dir nicht verraten jetzt. Da gebe ich dir dann Rückmeldung. Ja, gerne, gerne. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann, mehr möchte ich halt, wie gesagt, gar nicht sagen, um dann nicht zu viel zu spoilern, ja, weil, ähm, die Specials sollen ja dann doch spoilerfrei bleiben, ähm, deswegen können wir eigentlich jetzt auch auf deinen Platz 1 jetzt gehen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bevor du das jetzt sagst, du hast ja jetzt schon wirklich spannende, gruselige Filme genannt, ich wüsste gar nicht, womit du jetzt noch kommen könntest, was da geht. Bist du dir da sicher? Ja, okay, also, äh, eventuell sagst du jetzt Shining, aber Shining fällt für mich eher in die Kategorie Horror. Mhm. Ne? Hast du Shining? Nein. Okay, gut, okay, dann, dann habe ich keine Frage. Aber, äh, der Film ist dir auf jeden Fall, äh, ein Begriff und ich weiß, dass du den Film auch sehr gerne guckst. Okay, ist er schon besprochen hier? Äh, ja. Oh, okay, okay. Ich sag nur Lieblingsfolge. Ach, natürlich, du hast recht. Ja, klar, der Exorzismus von Emily Rose. Von Emily Rose, genau. Ja, der ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Mhm. Würde für mich auch eher, glaube ich, in die Kategorie Horror fallen, ne? Ja, okay. Aber, aber du hast natürlich trotzdem recht. Gruseltechnisch ist das ja auch ein, ein meisterhafter Film, ne? Das ist ein, ein Wahnsinnsstreifen. Wundert mich jetzt gar nicht, dass du den auf Platz eins hast. Das ist auch ein Streifen, ähm, da hat man die Hosen bis zum Anschlag voll, wenn man den alleine guckt. Also, den kann ich auch heute nicht nachts alleine schauen, ne? Ja. Also, auf keinen Fall. Nee, ich auch nicht. Nee, ich, ich hab einfach Angst. Ich hab Angst, den allein zu gucken, ähm, ist für mich ganz, ganz schwierig. Der Film, es ist, ich würde schon fast behaupten, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, ich hab den schon unzählige Male geguckt. Deswegen ist es auch meine Lieblingsfolge von deinem Podcast. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob mich jemals ein Film so gefürchtet hat und gekuselt hat, wie Exorzismus von Emily Rose. Ja, das ist wahr. Ich fand den damals, Alex, als ich den das erste Mal geguckt habe, ich hatte solche Angst. Ich hatte solche Angst. Und da war ich schon allerdings 15 oder so, 16, ich weiß es nicht mehr genau. Gott, hatte ich die Hosen voll, ey. Und ich hatte solche Angst, dass ich nachts um 3 Uhr mal wach werden sollte. Ich, ich kann's dir nicht sagen, ey. Als ich das, wir waren damals in der Videothek und da sind wir jedes Wochenende hingefahren und ich stand vor dem Horrorfilmregal und hatte die Diskhülle von Emily Rose in der Hand. Und wie ich das in der Hand hielt und da drauf schaute auf dieses Cover. Als sie da vor der, ich glaube, Maria, ne, steht sie ja da. Genau, die spricht ja zu ihr in dem Moment. Genau, genau. Und ich habe das gesehen, Alex, ich hatte Gänsehaut. Allein diese DVD-Hülle in der Hand zu halten und dieses Cover zu sehen, war für mich schon Grusel genug. Ja. Und ich war auch tatsächlich am überlegen, ob wir den ausleihen sollen, weil ich dann kurz gelesen habe, um was es geht. Aber der Reiz war einfach zu groß. Und ich musste den gucken und ab dem Zeitpunkt, als der Film anfing, hatte ich wirklich sozusagen die Decke schon bis zur Nase hochgezogen. Ich hatte solche Angst. Ja. Hast du den zusammen mit deinen Eltern dann geschaut oder wie? Mit meinem jetzigen Mann. Ach ja. Habe ich den damals geschaut und wir hatten beide ganz schön die Hosen voll. Also mein Mann findet den auch ganz toll, aber er sagt auch, das ist wirklich ein Film, wo er sich fast in die Hosen scheißt. Also der ist wirklich so klasse gemacht, atmosphärisch und alles top. Also völlig zu Recht, es ist ein Wahnsinnsstreifen. Ich habe den damals im Kino geguckt mit einer Ex-Freundin, weiß ich noch. Ich bin ja zehn Jahre älter als du und deswegen habe ich den ja dann logischerweise im Kino geschaut. Und ich weiß, dass ich diesen Film sehr spannend fand und gruselig. Aber noch gruseliger dann nach der Veröffentlichung zu Hause, seltsamerweise. Das hattest du schon gesagt. Ja, genau, habe ich mal erwähnt. Also ich weiß gar nicht warum, aber wow, was hat dieser Film für eine Wirkung. Für mich ist so eine der besten Szenen im Film, wenn sie doch aufwacht und ja dann, also weißt du, der Film, der ist ja einfach so genial erzählt. Du denkst ja immer nur, nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber du kommst ja nicht drum rum, es sei denn, du stoppst den Film eben. Aber wenn diese Frau, da habe ich halt mehr die englische Stimme im Kopf als die Synchro. Also wenn er dann so zu ihr sagt, in dem Gerichtssaal, hat sie sie dann nochmal kontaktiert? Und sie meint, ja. Ihre Mutter rief mich an und sagte, ich soll sie auf einem Schulhofstelefon anrufen. Als sie ranging, war sie quite hysteric. Und dann sagt sie dann, she thought she smelled something burning. Und dann, weißt du, dann hast du ja schon die Kamera, weißt du, in dem Schlafzimmer von ihr und dann siehst du ihr Gesicht in Nahaufnahme. Und das ist einfach so, da kriege ich gerade Gänsehaut beim Erzählen, ne? Wenn sie dann aufwacht und geht dann raus und geht wieder ins Zimmer und wirft die Tür zu, die doch dann so extrem laut zuknallt. Und sie ins Bett geht und Augen zumacht, aber die Szene halt nicht endet, weißt du, es geht weiter. Und dann macht es einfach klirr, 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 ja. Und sie macht die Augen auf und es ist dann dieses Glas mit den Stiften neben ihr, was doch sich dann wieder bewegt. Und wenn sie einfach dann nur so, weißt du, so stockt, weil sie das gar nicht glauben kann, dass sich das Glas von alleine bewegt. Genau. Boah, was ist das bloß atmosphärische Meisterleistung, ne? Definitiv. Ja. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja viele solche Szenen, wenn ja dann auch der Junge neben ihr sitzt, ne, während sie diesen Test schreiben. Bei diesem abgefuckten Scheißwetter. Ja, ja, das stimmt. Und dann sie doch dann anfängt zu weinen, weil sie doch dann diese Figur doch im Glas sieht. Und der Junge sie anguckt und auch plötzlich sie sein Gesicht sich verzieht kurz. Oh mein Gott. So ekelhaft. Oh mein Gott. Boah, das ist so geil gemacht. Und so ein Wahnsinn. Also wer Emily Rose noch nicht geguckt hat, ne, der hat echt was verpasst, ne? Oh mein Gott, ja. Auf jeden Fall nachholen. Unbedingt mal schauen. Ganz, ganz wichtig. Dieser Film ist so ein Wahnsinn. Aber ich denke, dass die meisten hier wissen, wovon wir reden. Und ich glaube, vielen machen wir den grad voll schmackhaft wieder. Ach, ich sag dir ja, ich könnte die Szenen gar nicht jetzt alle aufzählen. Und die mich wirklich so geschockt und gegruselt haben. Das ist wirklich von Anfang bis Schluss. Und auch die Story an sich, dass ich mag auch dieses, dieser Charme vom Gericht, ne? Es spielt sich ja viel vor Gericht ab, wo du diesen Prozess siehst, diese Verhandlungen. Und das hat mir auch so gut gefallen. Ich gucke ja, ja doch, also das war jetzt nicht nur so zum Gruseln und zum Schocken, sondern auch so, wie gesagt, von der Story her. Ein ganz grandioser Aufbau. Ja, es wird ja interessant erzählt, weil auf der einen Seite sagen sie ja, sie war besessen und sie erzählen das aus ihrer Sicht. Und auf der anderen Seite zeigen sie aber auch, wie es gewesen sein könnte, dass sie halt diesen Anfall hatte in Wirklichkeit. Ja, oder diese Szene, wenn ihr Freund nachts wach wird und dann vom Bett runter guckt und du siehst sie dann vor dem Bett wie so eine verkrümmte Spinne, ne? Oh mein Gott. In der Uni, ne? Ja, genau. Also der, der hat wirklich Nerven aus Drahtseile, der Typ, ne? Ich weiß nicht, wie hieß er nochmal? Jason oder so? Ja, doch, Jason oder Brandon. Es könnte auch Jason sein. Aber ich hatte gerade Brandon im Kopf. Aber das war, das war auch hart. Da war ich noch im Kino, da haben wir, wie die da im Kino reagiert haben. Also nicht gelacht, sondern er, er hat doch schon gelacht, aber entsetzt gelacht, ne? Ja, gelacht wahrscheinlich auch vor der Furcht, die man dann hatte, ne? Ja, also der Film, der war ein Wahnsinn. Du, den hätte ich echt gerne im Kino gesehen. Ja, ja, glaube ich. Also hast du den Dämon gesehen zu Beginn, wenn der Pfarrer von der Polizei abgeholt wird? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch, glaube ich, als ich eure Folge gehört habe, ich habe den dann danach nochmal geschaut und habe vergessen, bei der Szene zu gucken, ob ich den Dämon sehe oder nicht. Ich muss das unbedingt nochmal nachholen. Aber du hattest ihn auch nicht, nee, du hattest ihn gesehen. Nein, ich hatte ihn auch lange nicht gesehen. Ich habe mich immer gefragt, worauf reagiert der Pfarrer in dem Moment so komisch, wenn er rausguckt. Aber du siehst es halt wirklich nur, wenn du die Augen vor dem Schnitt an der richtigen Position hast, weil es nur Hundertstel Sekunden sind, weißt du? Du siehst, wenn er rausguckt zur Scheune, gerade am Tor etwas nach rechts hinter das Tor wegziehen, wie so einen schwarzen Umhang. Und das ist mir jahrelang verborgen geblieben. Ich habe es dann wirklich erst gesehen, in dem Moment dann mal zufällig viele Jahre später. Das heißt, du siehst dann quasi nur diese Silhouette, ne? Genau, aber nicht komplett. Nur den letzten Teil davon noch. Okay. Du musst halt praktisch auf das Tor gucken, rechte Seite und dann, wenn er dann hinschneidet, siehst du es in dem Moment. Das ist ja auch für den Pfarrer eine Verarschung, weißt du? Weil, dass er in dem Moment verschwindet, wenn er hinguckt, ne? Das ist mega, mega geil gemacht. Ich finde auch den Pfarrer so sympathisch. Ja, das ist Tom Wilkinson, ne? Das ist auch ein bekanntes Gesicht. Und Jennifer Carpenter ist ja dann Emily Rose hier mit ihrer ersten Mega-Rolle und Mega-Performance, ne? Und wir müssen natürlich auch sagen, ich muss es halt einfach tun, der Film ist natürlich auch nur so extrem effektiv wegen des genialen Soundtracks, ne? Weißt du, der Film, also der Score fängt an und du scheißt dir schon in die Hose, ne? Ja. Ich habe mir mal den Soundtrack angemacht, während ich irgendwas getippt habe, weil ich mich so ein bisschen in Stimmung bringen wollte und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich kann doch hier nicht mehr einfach die Unterhose wechseln, weißt du? Ja. Du schreibst, das geht nicht. Oh mein Gott. Da könntest du diese Einlagen benutzen, die du in deinen Instagram... Ja, die ich ja gekauft habe neulich, ne? Ja, genau. Benutz doch die. Ja, aber ich glaube, die sind nur für vorne rum gedacht. Also für hinten rum, da muss ich, glaube ich, dann schon zu was Größerem greifen. Du, zur Not machst du zwei Stück aneinander, das hält auf. Ja, okay, gut. Und ich rede jetzt nicht aus Erfahrung, falls du es manchmal... Ja, genau. Stimmt, könnte man meinen, ja? Stimmt, das war gut. Bin ich gar nicht drüber gefallen jetzt. Ja, ich erinnere mich auch noch, als du... War das nicht... Ich meine, du hattest die Geschichte erzählt, als du dir den Film morgens ganz früh ansehen wolltest, als du deine Frau zur Arbeit gebracht hattest. Und als du nach... War das nicht das? Ja, das hing... Ja, das war damals... Ich glaube, du redest davon, wie ich damals meine Ex zur Arbeit gebracht habe, beziehungsweise zur Bahn. Und ich hatte mir die Blu-ray gekauft von Emily Rose und die lief nicht. Und ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein, weil nämlich der Player ein Update brauchte. Und irgendwie habe ich den damals nicht angeschlossen bekommen ans WLAN. Es gab manchmal so Probleme, manche Geräte wollten einfach nicht ans WLAN ran. Und deswegen habe ich dann auf dem USB-Stick mir ein Update für die Playstation 4 oder 3 damals runtergeladen. R3, denke ich. Und habe das dann installiert. Und dann habe ich dann gucken wollen, ob das jetzt funktioniert. Und dann startete die Blu-ray auch. Und da war natürlich das Menü mit dem Geschrei und mit den Bildern schon direkt zu sehen. Und da hatte ich dann direkt morgens um fünf Stunden die Hosen voll. Ja. Wahrscheinlich meinst du das. Genau, ja. Da erinnere ich mich noch dran, ja. Es war super, also super Film. Ich weiß auch noch, als wir den damals das erste Mal gesehen hatten, bin ich nachts tatsächlich wach geworden, aber nicht um drei. Ich bin einfach wach geworden, weil ich, glaube ich, so gedanklich im Schlaf immer noch den Film verarbeiten musste. Ich weiß noch, wie ich nachts wach wurde und wollte auf Toilette und hatte solch Schiss, auf die Toilette zu gehen. Ich hätte das liebst, eine Festtagsbeleuchtung zu Hause gemacht. Ja, das glaube ich. Das war, oh mein Gott. Und dann legst du dich mal danach noch mal ins Bett und versuchst einzuschlafen. Bist du da so ein bisschen gläubisch, was das Ganze angeht? Oder bist du eher so... Nein, also ich denke jetzt nicht, dass ich mir da jetzt großartig Gedanken mache. Das ist für mich ein lustiger Zufall. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, Rauch zu riechen, dann, ja, dann gute Nacht. Ja, ja, doch, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, da darf man sich auch nicht so viele Gedanken darüber machen. Nein, da muss man am besten schnell an was Schönes denken. Ja, genau so ist es. Da steigert man sich, glaube ich, ganz schnell rein in diese Sache. Das ist, nee. Da denkt man dann lieber schnell an Theaterstadel oder sowas. Ja, genau. Den Musikanten schauen. Ja, richtig, genau. Ja, dein Platz 1, Emily Rose. Sehr schön. Mhm. Perfekt. Also ich würde ja sagen, dass du, dass ich da mit deinem Platz 1 und 2 voll zustimme. Mit Insidious fällt so ein bisschen raus. Also da bin, der hat natürlich mega Grusel, aber der ist dann doch für mich eher so ein bisschen horrormäßig. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Habe ich mir schon gedacht, ja. Aber du darfst trotzdem wieder mitmachen. Ja, Dankeschön, danke. Du, jetzt sind wir schon eine halbe Stunde dabei, jetzt noch abzubrechen, das wäre ein bisschen böse. Ja, richtig, genau. Jetzt schießt du mal los. Was ist dein Nummer 1? Ja, also ich gehe davon aus, dass du meine Nummer 1 nicht kennst. Ich denke mir auch, dass du nicht mal von dem gehört hast. Oh. Aber könnte ich mich natürlich auch irren. Diesen Film habe ich auch schon mehrfach empfohlen, hier im Podcast auch. Und auch schon, ja, wenn ich so in Gesprächen, ich habe den geguckt und hatte die Hosen wirklich voll. Also meine Güte, was habe ich das erste Mal seit Jahren mich wieder unfassbar gegruselt. Merkst du, wie ich es immer gerne spannend mache, ne? Ja, ja, ich merke es. Aber ich sage es einfach jetzt gerade raus. Für mich ist das der Film Ghost Stories. Oh, der sagt mir nicht. Okay. Verdammt. Verdammt, ja. Aber ich fall ja immer so ein bisschen raus. Ich hole ja extra so wirklich dann die Diamanten, weißt du, die kram ich dann raus. Ja, du liebst die große Show, ne? Ja, genau. Also Ghost Stories ist ein super spannender, genialer Episoden-Horrorfilm, der zugegebenermaßen vielleicht nicht unbedingt viel Neues zeigt. Man hat alles irgendwie vielleicht schon mal gesehen. Aber dennoch unfassbar spannend und gruselig erzählt. Wir haben hier drei Geschichten, die letzten Endes aber eigentlich einem Mann erzählt werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also das ist halt ein Reporter, der Leute besucht, denen Übernatürliches widerfahren ist, sagen wir mal so. Und die erzählen ihre Geschichte. Die erzählen das ihm dann, ja? Okay. Und wir sehen natürlich dann das als kleinen Kurzfilm ablaufen. Und ja, was soll ich sagen? Das war mal wieder richtig, richtig guter Horror. Ich habe dem Christian das empfohlen. Jetzt fragt sich jeder, welcher von den sechs, ne? Welcher von den ganzen, ja. Also Christian aus dem Saarland ist es, der ist es gewesen. Und ich habe ihm das dann gesagt, hier guckt ihr unbedingt mal Ghost Stories an. Und ich weiß noch, dass er mir eine Sprachnachricht danach schickte. Und er hat gesagt, Alex, das war mega. Also das war richtig, richtig hart. Also es war unfassbar, unfassbar gruselig. Es sind also wirklich drei Storys, die da erzählt werden. Einmal mit einem Jungen, der darf halt das Auto seines Vaters nicht benutzen, macht es aber, weil er auch den Führerschein gar nicht bestanden hat, die Prüfung, und baut aber dann einen Unfall im Wald. Und weil er was anfährt. Das war mega spannend. Also wirklich top. Und dann die Geschichte davor ist noch mit so einem Nachtwächter, der dann so ein bisschen verarscht wird von einem Geist in Anführungsstrichen. Das ist auch unfassbar atmosphärisch. Und der dritte Part, ja, war dann mit dem Hobbit, mit Bilbo Beutlin spielt das. Ja. Martin Freeman, genau. Und das war auch super atmosphärisch. Also da sind drei super spannende Geschichten erzählt worden. Und basiert eigentlich auf einem Theaterstück, das in London aufgeführt wurde. Das ist total verrückt, wo man sich denkt, wie kann denn sowas aufgeführt werden. Ja, ja. Aber das ist mein Geheimtipp an euch alle. Also Ghost Stories unbedingt anschauen, weil da, aber kein Trailer gucken, sonst verrät man sich wieder zu viel. Versprochen, mhm. Also wirklich auch schauen. Du hast jetzt drei Dinge zu gucken. Du musst Todesstille gucken, Ghost Stories und Schatten der Wahrheit. Und Schatten der Wahrheit, ja. Ich hab's schon aufgeschrieben. Der hat mich super unterhalten nach langer Zeit mal wieder. Weißt du, man denkt sich, ach gut, Horrorfilm, dann guckt man. Und letzten Endes ist es 0815-Kram, den man schon immer gesehen hat. Vielleicht mal so ein bisschen abgewandelt, aber nichts Besonderes, ja. Ja, doch. Und dann kam da mal wieder einer um die Ecke, wo ich dachte, wow, also der war mal wieder richtig scary. Ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Also ich finde auch Martin Freeman, ich mag den richtig. Also ich finde, das ist so ein sympathischer Schauspieler. Ob jetzt bei The Hobbit, ich meine bei Stranger Things hat er ja auch mal in einer Staffel mitgespielt. Da hat er mir auch so gut gefallen. Also ich mag den echt deswegen. Also allein schon deswegen muss ich den filmen. Ja, er spielt eine kurze Nebenrolle. Er ist jetzt nicht die Hauptperson dort. Und der Film hat auch ein ganz wirres Ende. Also da denkst du dir so einen kurzen Moment, was zum Teufel soll das denn? Aber es macht dann alles Sinn. Es ist nicht so, dass du jetzt einfach, der Film blendet aus und du wirst so jetzt zurückgelassen. Das macht schon Sinn. Und dann denkst du dir, oh man, das ist ja ein Ding. Also Wahnsinn. Also guck ihn dir an. Wirklich, wirklich empfehlenswert. Auf jeden Fall. Da muss ich dir echt etliche Rückmeldungen geben. Ja. Bis ich mit der Liste da fertig bin. Also da habe ich jetzt ein bisschen was vor mir. Ja, richtig. Ja, cool. Aber freut mich doch. Bin ich mal gespannt. Ja. Perfekt. Ja. Super. Das war mein Platz eins. Super. Ich will ja nicht zu viel spoilern, deswegen belassen wir es dabei. Hast du denn noch ein paar andere tolle Filme, die dich gegruselt haben auf deiner Liste, die du jetzt aber nicht in den Top 3 hast? Oder hast du nichts mehr stehen? Ja, doch, es sind schon noch ein paar Filme. Oder es ist auch eine Serie dabei, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Die Serie ist Spuk in Hill House auf Netflix. Ja. Hast du die gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, aber wurde mir auch empfohlen mehrfach. Musst du unbedingt nachholen. Also die ist atmosphärisch, könnte sie besser nicht sein. Das ist meine Meinung. Ja, das hat mein Bruder auch gesagt. Die muss top sein. Da hat dein Bruder völlig recht. Es sind jetzt nicht so viele Grusel- und Schockmomente dabei, aber wirklich so vom Sound, von der Atmosphäre, auch so beklemmend, weißt du? Da hat Netflix wirklich einen klasse Schnapper drin in seinem Sortiment. Sehr cool. Ich glaube, die Sendung wird dir ziemlich gut gefallen. Ja, okay. Doch, auf jeden Fall. Und was machst du? Auf jeden Fall Hereditary, wobei ich Hereditary eher in die Schiene Horror. Das stimmt. Aber weil mich halt auch ein, zwei Szenen richtig gegruselt haben, mit der Mutter an der Decke und so. Du weißt Bescheid. Ich weiß Bescheid, ja genau. Und war einfach auch grandios von der Atmosphäre und so. Auch von der Story richtig toll erzählt. Und vor allen Dingen wegen Toni Collette, die das wirklich grandios gespielt hat. Und Alex Wolff, den ich auch unheimlich gern sehe. Ein weiterer Film, den ich auch jedem empfehlen kann, wäre Possession of Hannah Grace. Ja, habe ich ja neulich erst besprochen. Ja, genau. Und den finde ich auch vom Gruselfaktor her wirklich high level. Also wirklich auch super gemacht. Hat so ein bisschen den Charme von Jane Doe. Genau. Es geht so in die Richtung, sage ich jetzt mal. Die sind sich sehr ähnlich, ja? Ja, genau. Und finde ich auch die Hauptdarstellerin super, die das spielt. Und auch so die ganzen Nebenbesetzungen wurde alles ganz toll gemacht. Ansonsten, es gibt noch einen Film, der mich früher auch gegruselt hat. Der aber, ich weiß jetzt nicht, ob ich den eher so ins Blätter. Es ist halt ein Horrorfilm. Track me to hell. Ach ja, ja. Von Sam Raimi ist der. Genau, genau. Mit Justin Long heißt er, glaube ich. Und ich weiß noch, wie mich damals, da waren wir mit einer ganzen Gruppe im Kino. Bei uns in der Stadt. Es war ein ganz kleines Kino. Und eine von uns musste auf Toilette während des Films. Und hat es gehalten, bis der Film aus war. Weil wir alle so die Hosen voll hatten von der Mrs. Garnusch. Die so ekelhaft ist. Die wird so ekelhaft dargestellt in dem Film. Und einfach so dieses Angsteinflößende. Dass sich jemand mit einem Fluch belegen kann. Und fand ich auch. Und du kannst nirgendwo hin damit, ja? Ja, genau. Genau, du weißt, es gibt keinen Ausweg aus der ganzen Sache. Der war auch echt cool gemacht. Und als letztes habe ich noch eine Serie auf Netflix, die heißt Heimgesucht. Das ist aber, das geht in eine ganz andere Schiene. Da werden quasi von Menschen, die angeblich heimgesucht worden sind, die Geschichten erzählt und nachgespielt. Ja, richtig, genau. Das kenne ich, habe ich auch mal reingeschaut. Genau. Und da kann man jetzt, ich sage jetzt mal wirklich so ein bisschen abergläubig sein. Oder eher der rational denkende Typ. Aber die Sendung ist wirklich gruselig. Die ist wirklich so cool gemacht und klasse gemacht, wie diese Geschichten dargestellt werden und gespielt werden. Und da hatte ich mir auch abends wirklich in die Hosen gemacht. Ja, da gab es einige sehr spannende Folgen, das stimmt, ja. Ja, also die ist auch grandios. Was habt ihr denn für ein Soundsystem zu Hause? Habt ihr irgendwie so Surround-Sound? Wir haben so eine, wie sagt man, eine Bose-Box haben wir vom Fernsehen. Ja, genau, so eine Soundbar von Bose. Also ich mache die fast nie an, aber mein Mann besteht da drauf. Ja gut, bei einem Horrorfilm wirkt das dann schon ganz anders. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin dann immer so, ich sage dann immer, mach leise wegen den Kindern, die schlafen. Aber es macht schon mehr Spaß, damit zu gucken. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja, das glaube ich, ja. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und bei dir? Ja, also ich habe da auch noch ein paar Titel stehen, die mir so jetzt so auf die Schnelle eingefallen sind. Und was mir gut gefallen hat, ist, also vom Gruselfaktor her, ist The Boy, der erste Teil. Ja. Den hat ja auch ein sehr interessantes Ende, eins, womit man wirklich nicht rechnet. Ja. Das ist halt wirklich ein gruseliger Film. Aber ob er jetzt ein guter Film ist, ist natürlich dahingestellt. Aber, ne, also das ist ein Film, den habe ich jetzt als sehr recht gruselig in Erinnerung. Dann gibt es den Film, und das sind jetzt wieder ein paar unbekannte Titel, Jezebel, heißt da einer. Das ist ein spannender Film, den habe ich seit, ey Gott, über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ist aber ein unbekannter, aber doch gruseliger Film auch, der mir gut gefallen hat. Okay. Und zerrissen wird, aber auch nur wiederum, weil es halt unbekannte Gesichter sind. Also so sehe ich das immer. Oft werden Filme nur zerrissen, weil sie, weil keiner die Schauspieler kennt. Was schade ist. Absolut. Also Jezebel habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, worum er geht. Aber ich weiß, dass er gut ist. Und ich habe seinen, das ist der Titel gesehen hier eben. Dann gibt es einen Film, der heißt The Forest. Den kannst du auch momentan bei Netflix, glaube ich, sogar schauen. Der ist gut. Kennst du? Ja, ja, den kenne ich. Der ist auch wirklich, das ist da, wo die, wo das eine Mädchen nach Asien irgendwo hin, in den Wald, um ihre Schwester zu suchen. Ja, genau, weil in diesem Wald, wo sich die Leute immer umbringen, immer drin. Den gibt es ja in echt, ne? Ja, richtig. Also das ist ein Film, der hat mir gut gefallen auch. Also The Forest ist wirklich nicht schlecht. Natürlich ist Sinister ein Horrorfilm eher, aber der kuselt ja auch ohne Ende. Ja, also meine Güte. Ja, ja. Und dann komme ich noch zu einem anderen recht unbekannten Film, der heißt Dead End. Der ist mit Lynn Shea von Insidious. Oh, okay. Und hast du den gar nicht auf dem Schirm? Ich habe den auf dem Schirm, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay, also Dead End ist auch ein super toller, gruseliger Film, der so ein paar lustige Momente hat, aber die sind immer gekonnt gesetzt. Also es ist nicht so, dass das Gruselige dann lächerlich gemacht wird, aber er hat schon seine wirklich lustigen Momente. Und ich habe mich schon oft bepisst vor Lachen bei diesem Film, ja. Also weil die ja dann so miteinander diskutieren, weil die haben sich ja verfahren. Und das ist die Familie, die ja dann zu ihren Eltern oder zu ihrer Familie fahren möchten, also von Lynn Shea dann, weil sie das ja immer zu Weihnachten machen. Und dann wollte er aber eine Abkürzung nehmen und fährt durch den Wald und hat sich aber jetzt erfahren, weil diese Straße niemals endet so um den Dreh. Und die Sprüche, die Lynn Shea dann raushaut, sind einfach echt göttlich, ja. Ja, okay. Weil er sich ja, wie gesagt, verfahren hat. Und dann sagt sie dann so, wir fahren seit 25 Jahren jedes Jahr diese Strecke. Und noch nie hast du eine Abkürzung genommen. Und dann meint sie, weißt du was, nächstes Mal nehme ich einen Globus mit, für den Fall, du möchtest, über den Nordpol fahren oder irgendwie sowas. Oh Gott. Das ist wirklich köstlich. Cool, ne? Ja. Also ganz was anderes, wie sie bei Incidious darstellt. Ja, ganz anders, ja. Also, dann gibt es halt auch so andere Sprüche von ihr. Weil am Anfang ist es nämlich so, dass er einschläft am Steuer und dann gerade noch wach wird, als ein Auto entgegenkommt. Und alle hatten aber geschlafen zuvor. Und dann meint sie dann, sag mal, bist du verrückt? Willst du uns alle umbringen? Und dann meint er, oh mein Gott, ich muss kurz eingenickt sein. Und dann meint sie, ja, ich hoffe, du hast schön geschlafen. Soll ich dir Frühstück machen? So trocken. Ja, so wirklich kurz trocken kommen dann die Sprüche raus. Cool. Also, der Film ist mit Sicherheit nichts Großartiges. Ja, so viele finden den auch schlecht. Aber mir hat er immer gut gefallen und auch gut unterhalten. Also, Dead End ist auch echt mal ein Blick wert. Ja, okay. Glaube ich. Alleine schon wegen Lynn Shade, ne? Richtig, ja. Da war sie natürlich noch lange vor Incidious, ne? Da war sie noch viel unbekannter. Siehste mal, ich glaube, dass viele sie gar nicht kannten vor Incidious. Das stimmt. Das stimmt. Das ist Wahnsinn, in welchem Alter sie jetzt schon ist, ne? Und was für einen Grad an Popularität sie jetzt erreicht. Das stimmt. Ja, da musste wirklich viele, also warten bis nach 50, glaube ich, ne? Bestimmt, bis sie dann so richtig rauskamen, ne? Da fängt ihr Leben erst richtig an. Ja, die hat ja gespielt vorher, ich weiß nicht, ob du das weißt, in Kingpin, Kingpin mit Woody Harrelson und, ähm, weißt du, Eddie von Schöne Bescherung. Oh. Randy Crate. Ja. Und, ähm, das ist ja eine Komödie von den Pharelli Brothers. Die haben ja auch Dumm und Dümmer gemacht. Ja. Und, ähm, da spielt sie die grausame Vermieterin. Hm. Und, ähm, das ist so, glaube ich, das erste Mal, wo man sie so richtig gesehen hat. Ja? Okay. Also, schon wirklich viele, viele Jahre her. Ach Gott, 30 Jahre wahrscheinlich. Oh Gott. Also, sie ist doch schon länger dabei, ne? Knapp 30, ja, ein bisschen weniger als, vielleicht 25 Jahre. Aber sie ist schon länger dabei, ja. Und da hat sie wirklich die furchtbare Vermieterin gespielt, ähm, ähm, die sie auch ganz grässlich zurecht gemacht haben. Und das, ähm, war so ihre erste, glaube ich, große Rolle, die sie da... Ja gut, okay, da haben wir ja aber doch, ähm, ein paar interessante Titel genannt, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich, ähm, hoffe, dass das eine interessante Folge für die Hörer und Hörerinnen war. Ja, hoffentlich. Also, du hast mir wieder ein paar super Titel in den Sinn gebracht, jetzt wieder, die ich mal wirklich echt unbedingt mal schauen muss, wieder. Gleichfalls. Ja, danke, danke. Du hast mir jetzt viel nachzuholen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind ein paar Gedächtnislücken bei mir, ne? Ja. Da musst du auf jeden Fall mal reinschauen und mir dann auch sagen, wie sie dir gefallen hat, wenn sie geguckt hast, ne? Mach ich definitiv. Sag mir gern Bescheid. Ja, in Ordnung, super. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, nach so langer Zeit mal wieder. Gerne. Dann, ähm, wünsche ich noch einen sehr, sehr schönen restlichen Abend und dann bis zum nächsten Mal, ja? Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. So, das war's. Ja. Haben wir doch gut hinbekommen, ne? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, let's talk about Horror. Das war's. Das war's. Das war's.